Hallo und willkommen bei Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands mit Andri. Hallo, grüß euch. Einer Wenigkeit tiefer. So, nächster Einsatz. Brüder aus. Ja, da steht ja noch das Auto vom letzten Einsatz, den wir heil nach Hause gebracht haben. Und wir versuchen jetzt noch mal den Hubschrauber, wir rechnen uns bessere Chancen als in der Nacht. Und hoffen mal, dass wir dort rechtzeitig noch hinkommen. So lange es Nacht ist, ne? Wir haben von der Nacht schon einiges jetzt gehabt, während dem Herfahren. Weicht es aus, geht es weg. Warum seid ihr in der Nacht unterwegs? Genau, solltet alle zuhause sein. Ah, da kommt ja ein Ding. Ja, klar. So. Gut, aber weit ist es ja nicht. Das ist ja genau die Strecke, die wir vom letzten Mal... Was willst du? Was willst du? Hallo? Ah! Oh! Fährt uns der Tränen. Geh weg! So, wir müssen da rein. Wir stellen da mal gleich, glaube ich, unser Vehikel ab. Wo willst du lang? Links, rechts? Ich probiere es mal links. Durch die Mitte. Ja, du probierst das links. Du probierst mal links. Ähm, hoppala. Wird es schon wieder hell, oder? Ich habe jetzt auf jeden Fall mein Nachtsichtgerät angemacht. Da unten ist einer, der sollte gleich eliminiert werden. Dann nehmen wir ihn gleich raus. Nehmen wir ihn gleich aus dem Spiel her. Ich laufe weiter nach oben und versuche alles zu markieren. Hast du ihn weg? Na. Na, der ist noch unten. Ich sehe da niemanden, wie er da sitzt. Ah, da ist er. Ja, ich sehe ihn. So. Da habe ich ihn. Ich nehme ihn gleich raus. So, ich bin hinterm Zaun. So, der ist wieder. Ich bin hinterm Zaun. Eigentlich total geschissene Träger-Position. Vorsicht, die Kali mit einer Maschinenpistole. Dicht am Konten. Ah, ja. Ich könnte einen wieder wegnehmen. Das ist total. Ich bin hinterm Zaun. Ich binde mir ein, dass da noch die zwei unterwegs waren, oder? Die Branne geht fleißig. Na ja. Da sehe ich wieder einen. Ja, okay. Einen muss man von mir, vom Elten, wissen. Robin. Fuck. Nein, der steht direkt vor mir. Was tut er da? Ach Gott, sorry. Was kriegt er mitten im Wald herum? Der denkt sich das gleiche wie wir. Ich kann leider nichts machen. Ich kriege zurück ins Gestrüpp, wenn du aufstehst dann bei mir. Nein, die hauen meinen Hubschrauber ab. Nein, die hauen meinen Hubschrauber ab. Okay. Ich stehe sowieso hinter dir. Mach ruhig weiter. Ja, genau. Ich glaube, dass er nicht markiert ist, der mich da erwischt hat. So, ich bin gleich wieder im Spiel. Wir sind alle weg. Sehr schön. Also, dass man keine Info kriegt, der mich direkt hinter mir umdreht und binkt. Okay. Ich bin mitten im Lager. Nur durch die Geräusche müssen wir irgendwas kriegen. Eine Info. So, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Ah, da bist du ein bisschen am Acker bis dann. Ja, da drüben wir vorher. Achso, wir müssen den Huberer stehen, oder? Ja, richtig. Markiert haben wir ja schon alles. Wir waren ja schon mal da, ne? Ich glaube, wir haben sie alle. Ja, ja. Also du vor allem. Ich glaube, wir werden die ersten paar. Okay. Ich bin drin. So, ich markiere... Äh, wo muss ich den jetzt hinbringen? Ähm... Ah, da hin. Da muss er ja. Nicht wert. Nicht wert. Sehr gut. Sehr gut. Das schaue. Das Dokument funktioniert. Da rund doch, ne? Ja, ich sehe nur. Du bist genau drüber. Du bist genau drüber, sonst, du bist zu weit. Genau, da ein Stück vor auf die Landebahn. Ach so, das schaut doch gut aus. Ich meine nicht ganz ein Stück vor, ein Stück vor. Ich habe eine andere Ansicht, wie du. So, jetzt kannst du runter. Gerade runter. Was ist das? Das ist, das ist. Das ist jetzt so drüber. Ach so. Ja, zu den zwei riesigen Scheunern. Ich sehe es schon. Ja, genau. Die sollen noch ein paar Meter gehen. Wir kommen hin, wir kommen hin. Dieses Mal wird nichts geschrottet. Äh, ja. Du willst uns wirklich am Limiter landen. Na schau. Und runter. Ich liebe meine Schacht. Geh schafft 3500 Medikamente. Sehr schön. Geil. Geile Sache. Wenn wir gerade runter laufen, sind ein paar Katelis. Wo? Richtung Süden? Jetzt bei der Farm. Richtung Westen. Ja. Woher sind da wieder Santa Blanca Katelis oder was? Katelis, ja. Und da fahren im Westen? Ja. Wohnen die Rebellen und die Katelis jetzt nebeneinander? Ja. Ich glaub dir die Pfalz. Das ist alles irgendwie. Können sie in den Morgenstunden schon mal ein bisschen schießen aufeinander? Ja, genau. Drei mal die Kühe ein bisschen lang. Ich glaub der Stick weniger Fettanteil, wenn sich bewegt. Hm. Stick. Stick. Ah, jetzt muss noch ein Stück mehr einer sein. Und? Mal hinter dem Gebäude oder in dem Gebäude? Die haben wir schon mal gemacht doch. War die schon mal gemacht? Ja. Da waren die schon mal. Na, macht er nix. Hm. Alles gut. Ach. Jawohl. Ach, jetzt muss die nachladen. Schöne. 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 Da oben. Da oben. Zwei sind da. Zwei sind da. Mhm. Aber sie kommen gleich in Sicht. Weiter. Ah. Du kleine Ratte. Du kleine Ratte. Hm. Komm schon. Wir suchen uns Vorsicht. Es war klar, dass die uns suchen. So, der eine ist weg. Da oben ist noch einer. Ich hab ein paar freier Schuss. Ah, jetzt kommt er raus. Jetzt kommt er raus. Jetzt kommt er raus. Ich lade nach. Yes. Erredigt. So. Hab sie was wieder erredigt. So, dann schauen wir mal auf der Map, wo es als nächstes hingeht. Mhm. Und zwar hätten wir den Flieger oben. Oben? Ja. Wo ist er oben? Wo ist er oben? Ja. Wo ist er oben? Den ich dann verkehrt gelandet habe. Ah. Den könnte man machen. Ja. Den könnte man machen. Ist ein schönes Stück. Seht man noch. Ah. Wir können ja mit dem Hubschrauber von unserer Base. Ja. Gute Idee. Gute Idee. Na der spawnt ja immer wieder nach. Hm. Warte. Ich hole mir noch schnell Munition. Hm. Gute Idee. Gute Idee. Hast du? Haben wir da wo Munition? Ja. Natürlich nicht. Was ist denn? Oah, was ist das denn schon alles? Haaa. Ich hole dich mit dem Fahrzeug ab. Ja, ja, ja. Auch keine Zugriff. Da kommt sogar. Da ist ein Radio drin. Ich muss mir das mal in Ruhe anschauen Da brauche ich auch noch Munition Weg da Gut So Ich lad noch kurz Munition und dann können wir wieder rüberfahren Ja Achso, wo bist du jetzt? Wo ist das? Munition, aber jetzt da steht's Da Okay Ich sitze Okay, ist das grüschelig? Irgendwas unrealistisch ist ja Mhm Naja Geht das jetzt schon nicht fest Upsa Na dann Dann rein in den Heli Rein in den Heli Warte mal, ich andere Seite Ah, jetzt gehen wir da nicht vorbei Wie die andere Seite Da Ja Sit schon So Dann stecken wir mal Okay, ganz schönes Stück, über zwei Kilometer Was da alles passiert Was da alles passiert Hilfe Wir sollten noch ein witziges Stück Da stecken wir nicht Dann sind wir auf dem Weg gelogen Oh 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 Gut, ganz Okay, das war nicht Keine Ahnung, warum die oft nicht Egal Da gibt's irgendwo Autos Ja, genau Ja Diese Dinger sind immer Suspekt Ja Ah Auto Ja, ich weiß nicht, ob man gleich den anderen aufs Auto stehen sollte Soll man liegen oder? Ah, den, den nicht mehr Stopp! Nein Äh Äh Das hole ich jetzt nicht Ich glaube, ich feine dich mal Ja Ich liege unter dem Wagen Ja So, Klappler hervor Aber Äh Er ist stiefig geblieben Oh, oh, oh Hecker Nein Ich würde da jetzt nicht in Heimheimisch in die Autos stehen Nicht? Aber ich seh ihn momentan auch in die Autos, wo er eine Patronik oder sowas irgendwie nicht Normal sind wir immer Gut, da haben wir ja schon sehr viel gemacht auf diesen Strecken Ich pack mal einen Scharfschützengebirge Das ist ja cool, das Laufen Möglicherweise kommt der Patrouille an meinen Plan Ja, bis jetzt nicht Wir müssen da nur über den Berg rüber Ja, das ist kein Problem Ja, das ist kein Problem So, dann schauen wir sich mal die Landschaft da an Wenn wir schon zu Fuß unterwegs sind Also alles was man da so sieht, kann bereist werden Und das finde ich einfach so sensationell bei dem Ging Darf wieder ein kleiner Winkel reingehen? Ja, den habe ich schon anvisiert So, dann schauen wir mal auf der Map Na bitte So weit ist es nicht mehr Irgendwie ist sie doch etwas aus der Brust Ja, mir zeigt es jetzt noch 600 Meter an Du bist sogar vorne, ja Mhm Ich bin querfeld eingelaufen Ja, cool Und die sind noch ein paar Und wie ist denn das? So, es wird da vorne Was dann? Elegante Bewegungen Ja, wird gesprintert Ich laufe etwas nach vorn. Okay. Ein Stück, dass wir da ein bisschen einen Inkel zusammen kriegen. Achtung! Ja, ich seh's. Unidats. Ist das unsere Mission? Nein, nein, nein. Die Unidats haben nichts mit uns zu tun. Ich bring mich in Position. Okay. Gucken wir mal, was wir da so haben. Lassen wir sie, oder nehmen wir die mit? Ja, sie kommen, wenn wir den Flieger stehlen wollen. War das nicht letztens so? Nein, das war dann vom Kartellverstärkung. Okay, ich werd da mal rüber. Ich bin ja eine neugierige Person. So, drei würde ich sehen. Oh, runter mit dir. Und sie haben einen Cheat mit dem G. Ja, der ist natürlich... Hm. Ich würde den Leutnant im Schussfeld haben. Okay. Oh, sie werden mehr. Ich hab grad wieder einen aufgedeckt. Okay, dann geh ein bisschen mehr ran. Ich mach' den Leutnant im Schussfeld. Ich hab' den Leutnant. Ich hab' den Leutnant. Ich hab' den Leutnant, ja. Gut, ich bin relativ knapp dran. Okay. Dann... Drei... Zwei... Eins... Ja. Ach du Kacke. So. So. Schöne. Leutnant. Da ist einer... Perfektionsfeld. Auch nicht. Jetzt komm' schon... Ja. Erledigt. Ja. Okay, die darf das sein. Du siehst da unten. Aber steht da quasi das hinten. Jaaa. 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 Ist das schon der Flieger da unten? Da unten? Okay. So, ich mach' hier mal die Kiste. Mhm. Ich schau' mal das Lager da unten an. Da ist jede Menge Aktivität. Und die kommen bestimmt zu Besuch. So. Wie eine kleine Gruppe Tango aus. Ich scan' gerade durch, ob ich noch voran... So, ich hab' alle markiert. Von mir aus kann man die vorher machen, ne? Wie du willst. Hm, dann geh' ich am besten... Ich bin da grad so hier auf der rechten Ecke. Achso. Dann werd' ich da links rüber. Da ist ein Felsen auf, den könnte ich weit weit mal Ausschau halten. Von den Felsen. Ah, ist zu weit weg, shit. Ich muss runter zur Lichtung. Ja, das ist gut. Achtung, dass du nicht zu nah an dem Flugplatz kommst, weil da waren auch Wachen. Ja, ich weiß schon. Da ist... Da ist gut. Ich bin oberhalb von der Straße. Ich hab' da ein paar im Visier, aber da müssen wir schnell sein. Einmal erstes Ziel bewegt sie noch. Das ist die Wache, die da den Rundgang macht. Richtung Chip? Ja, genau. Ich... Ich... Ich hetze mitten auf die drauf. In der Mitte. So. Ich hoffe, ich treffe ihn durch die Blätter. Geht's? Geht. Zu lang. Ah, jetzt bewegt er sie wieder. 3... 2... 1... Hab ihn... Nein, hab ihn nicht. Shit, okay. Und durch die Blätter, dass der Großkaliber das Scharfschützen grehr oder... Ja, da oben ist noch einer. Nachladen. Da kommt jetzt der Nordmast zu. Es kommt auf mich einer zu. Und auch hat man mich nicht gesehen. Ich lade nach, ich habe keine Runde. Diese Scheißblätter. Da ist noch einer drin. Der steckt da hinter dem Zaun. Ich gehe rein. Bleib du auf deiner Position. Ja. Ich gehe von rechts rein. Okay. Ich kann wieder Rischen gegen meinen Rücken. Ich hoffe mal, wir haben alle markiert. Es... Ich brauche eine durchschlagskräftige Munition. Achtung, ich bin gleich bei mir. Mhm. Es ist hinterm Zaun. Mit sich das halt... Yes. So, und da kriegen wir auch gleich was. Ja. Gar nicht so wenig. Zweimal Nachschub. Sehr gut. Und einmal fertig. Oh, und noch ein Helikopter. Wie schön. Ja. So. Der Nachschub ist oben. Ja, die eine Kiste zumindest ist oben. Ich glaube auch eine zweite war da. Könnte sein, dass... Nein, die ist auch da oben. Munition auf jeden Fall. So. So. Irgendwo müssen wir die Punkte sein. So. Ja. Ah, da. Da liegt wieder so. Wo ist das jetzt? Da liegt dann. Sieht aus wie ein Konflikt. Oder von der Air Force oder so. Hm. So. Perfekt. Nett. Gut. Und dann werden wir mit dem... Abschau... Na, wobei wir brauchen... einen Bombing-Abschau überhaupt. Na, wir sind ja gleich da oben. Ähm. Ja. Damit haben wir die Folge auch schon wieder durch. Ja. Und in der nächsten werden wir dann versuchen, das Flugzeug zu kappern. Wieder mal. Wenn's euch gefallen hat, Daumen hoch. Schaut's wieder rein. Bei Anderen und Tipa. Wenn's heisst Tom Plences. Wild. Let's go street to Wildlands. Tschau. Tschüss.